Zu Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter noch das Schlusswort? Das ist nicht der Fall, so gelangen wir nun zur Abstimmung über den Gesetzesentwurf samt Titel und Eingang in 138 der Beilagen. Und ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzesentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist ein Stimmen. Das ist die Stimmenmehrheit und somit angenommen. Wir kommen nun in dritter Lesung, kommen zur dritten Lesung und ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung hier diesem Gesetzesentwurf zustimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist auch die Mehrheit, die Stimmenmehrheit und somit ist der Gesetzesentwurf auch in dritter Lesung angenommen.